Musik So, also kannst du dir nehmen. Ich meine, jetzt ist er drin. Kai, du drückst gerade, oder? Ja, Entschuldigung. Das ist wahrscheinlich eh das Hellere hier noch. Ich muss nur, dass du hier am Boden wichst. Die neue Runde, die neue 10, 21, 21, Hanau, Tisch, Wimmer, drei, vier, 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 Auf dem Tisch weiß man sofort, um was es geht, um eine spiritistische Seance. Also ich habe jetzt hier einiges mitgebracht. Vielleicht das Wichtigste ist hier in der Basteltüte drin. Wäre prima, wenn wir dann direkt starten können. Die Tischbewegungen haben zu Beginn der Bewegung, als das 1850 ungefähr in Amerika aufkam, vor allen Dingen kommunikativen Zwecken gedient. Man glaubte, dass über den Tisch die Geister sich bemerkbar machten. Und jedes Rucken, jedes Zucken des Tisches wurde als Kommunikationsversuch der Geisterwelt gewertet. Hier die Ultraschallsensoren. Das war ja die Idee, dass wir am Tisch unten die Sensoren anbringen, um dann rauszukriegen, wie sich der Tisch über dem Boden bewegt, ob die Beine Abstand vom Boden haben. Das sind hier ganz simple Sensoren. 2 Euro das Stück und die gehen jetzt hier mit diesem kleinen Rechner, muss man fast sagen, mit Batterie getrieben und der speichert dann mit 50 Messungen pro Sekunde den Abstand der Füße vom Boden. Das heißt, wenn sich ein Fuß hebt, 2, 3, 4, wir werden das alles hier auf dieser Speicherkarte wiederfinden. Das ist eine schöne kleine Textdatei, die wir dann hinterher auswerten können. Der westliche Spiritismus ist eine moderne Abart einer uralten Tradition, der Tradition der Spiritkommunikation. In dieser Bewegung saß man in den Familien um die Küchentische und versuchte sich in der Kommunikation mit den Geistern. Meistens wartete man auf ein Klopfen der Geister. Aber weil alle die Hände auf den Tischen hatten, begannen dann diese Effekte. Damit überwachen wir, inwieweit die Hände der Sitzer tatsächlich am Tisch an den richtigen Stellen sind. Für jede Hand gibt es einen so einen Sensor, die kleben wir dann hinterher hier drauf. Und der Sitzer wird dann eben hier mit seinen Fingern klitieren, dass die Hände am Tisch liegen. In der physikalischen Medialität speziell steht die Kommunikation an sich nicht so sehr im Mittelpunkt, sondern eher die energetische Phänomenik als Messstab für den Einfluss der Geister, der dann in Gänze zum Tragen kommt, wenn der Tisch sich tatsächlich vom Boden zu erheben vermag. Zwischen den Sitzern schwebt, als sei er aus der Gravitation irgendwie herausgenommen. Und das ist auch das Ziel unserer physikalisch-medialen Sitzungen, den Tisch in diese besondere Form des Schwebeeffektes zu bekommen. Ein klassischer Bewegungssensor, der nimmt auch hier wieder auf eine Speicherkarte jetzt die Bewegung auf, insgesamt neun Werte, mit auch wieder 100 Messungen pro Sekunde, die dann eben den Schwerkraftvektor zeigen. Also wenn der Tisch zum Beispiel runterfällt, was ich hoffe, dass er schwebt und dann irgendwie runterfällt, dann würden wir kurz so eine Art Schwerelosigkeit des Tisches sehen. Oder wenn er geneigt ist, das sehen wir dann. Und auch die Ausrichtung aufgrund des Magnetfeldes. Wenn Gruppen sich um einen Tisch versammeln und in einem speziellen Raum und vorbereitet die Geister anrufen, dann beginnen diese Tischphänomene. Neue Runde, 9, 10, 20, 21, Hanau, Tisch Nummer 3. Wir eröffnen wir, wir rufen die Guides an unsere Seite, die großen Gruppenpotenziale, die Felder, so sei es. So sei es. Magisch, dass ist ja eher, ob was drauf ist. Daten sind schon mal drauf. Okay, das ist schon mal gut. Daten sind schon mal drauf. Gut. Okay, also die Daten sind hier drin in meinem Sensor-Viewer da und was schon mal relativ cool ist. Also wir haben jetzt hier unten haben wir die Touch-Daten. Also wobei wir sehen, auch im Wesentlichen durchgehend gehalten. Und dann unterbrochen, die sind hier synchronisiert. Und das sind die Erhebungen hier. Das sind die Erhebungen. Das ist der Tisch. Das sind die Erhebungen. Wir haben hier die vier Sensoren. Wir können mal reinzoomen. Warte mal rein. Da weiß ich noch. Und das Coole ist, wir sehen auch, alle Sensoren gehen sauber hoch. Und dann werde ich die dabei nachher dazunehmen. Vier Sensoren. Eins, zwei. Fast. Da sehen wir auch, wie gleichmäßig die Erhebungen ist. Also sie gehen fast alle gleich hoch. Ich schufe ihn doch mal rein, weil es so schön ist. Wow. Das sieht so noch besser. Ja. Das sieht aber echt toll aus, oder? Ganz gleichmäßig. Also wirklich. Also so. Ja, hier. Also nichts mit Wackeln. Vielleicht ein bisschen geneigt, weil die zwei Sensoren sind ein bisschen höher als die anderen. Jetzt können wir sogar noch gucken, wie hoch die sind. 14 cm, 14 cm, 18 cm, 19 cm. Das war der erste. Okay. Oh. Oh. Das ist der zweite. Nach acht Minuten. Hier, das war die sanfte Landung. Also das sieht man aber echt gut. Oh, genial. 24 cm, 27 cm, 31 cm, 29 cm. Nein, immerhin. Mann, Hammer, oder? Und das Ganze können wir jetzt nochmal überprüfen, dass wir wirklich hier die Hände drauf waren. Und da sind die Finger auch dran geblieben, bei der sanften Landung. Fast bei allen. Heike, Finger losgelassen. Eckart, okay, kurz, losgelassen. Und dann, also nochmal hier. Und dann die dritte Runde. Ja, man sieht die ganze Zeit, wann die Finger dran passt. Okay, cool, cool, cool. Top, top. Morgen kommt die Tischanimation. Und dazu, ich habe schon 3D-Modelle. Nein! Ja, klar. Ja, was denkst du denn? Nein! Da gibt es einen 3D-Tisch. Nein! Wo die Kontakte aufleuchten. Das Ding dann. Na ja, meinst du nur sowas? Wie cool. Das ist schon, das ist schon begonnen, aber gar nicht heute. Na ja, das kannst du ja irgendwann mal machen, wenn es Daten gibt. Aber... Wir können den Bewegungssensor noch anschauen. Hier erinnert sich das Magnetfeld, das war kleine Drehung. Und dann ist es wieder konstant. Hier ist eine leichte Drehung. Hier ist eine leichte Drehung. Das werden wir mit der Audioaufnahme vergleichen können. Ich würde mal sagen, kann sich sehen lassen, oder? So sein. Ganz wunderbar. Ich habe vorhin noch zu Julia gesagt, Julia, erinnere dich mal, ich hoffe, die meinen jetzt heute nicht alle, jetzt kriegen wir heute 3, 4, 5 mal den Tisch hoch. Und dann passiert genau das. Sieht aus wie eine normale Kamera, war auch bis vor kurzem eine normale Kamera. Da ich mir eine neue gekauft habe, war die hier dann fällig. Und ich habe da den sogenannten Infrarot-Filter ausgebaut. Das ist etwas, was in jeder Kamera standardmäßig drin ist, was aber eben dann viel Licht rausfiltert. Und bei normalen Aufnahmen natürlich gewünscht ist, weil sonst werden die Bilder alle sehr stark im Rotbereich betont. Das ist meine neue Bastelei. Aber uns geht es ja darum, die Energie nicht zu stören, bis zu dem Punkt, wo es passiert. Das geht hier rein. Damit wird dann das Infrarot gesteuert. Für die Beleuchtung können wir maximal drei verschiedene Infrarot-Scheinwerfer anschließen. Das müssen wir nachher nochmal ausprobieren, wie es von der Beleuchtung her ist. Und was steuert die Kamera? Oder läuft die Kamera automatisch? Und noch. Also wenn wir den Fußtaster drücken, dann gehen die Infrarotscheinwerfer an, solange der Fußtaster gedrückt ist. Und wir müssen mal einen Signalton haben. Also dann weiß sozusagen jeder, jetzt ist gerade Licht an. Und als ich die Idee hatte, dachte ich, okay, das kann ich aber auch für den Fernauslöser der Kamera nehmen. Fernauslöser, Fotoapparat, der ja infrarotempfindlich ist. Das heißt, das wäre die eine Infrarotsache. Wir nehmen auch die Videokamera, die können wir sozusagen auch mitlaufen lassen. Wenn ein Infrarotlicht an ist, nimmt die was auf. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie das jetzt angesteuert wird. Bitte. Die Videokamera lassen wir einfach mitlaufen. Entweder wir starten so einfach, oder im Dunkeln nimmt es nichts auf. Das heißt, das ist vielleicht am einfachsten am Anfang, aber alles komplett aus. Wenn du merkst, so langsam geht es los, würde ich die Videokamera schon mal laufen lassen. Und für das eigentliche beleuchten und die Kamera ist dann dein Fuß da. So, jetzt nehmen wir hier die beiden Infrarotlampen an. Hier, da hinten, hier, da, die ist halt richtig hell. Damit bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Die strahlt da sehr stark rein. Die von oben ist schon gut. Ich gucke mal, ob ich die noch ein bisschen näher herannehme, dass wir vorne, also den Boden unterm Tisch noch stärker beleuchtet haben. Hallo, liebe Spirits, wir sind wieder da und wollen gerne weiter forschen. Wir bitten um tolle Lichter, die wir haben, tolle Lichter, die wir haben. Ja, und einfach, dass ihr mit uns seid, wenn wir uns da unterstützt, wir haben die langen Zeit. Wir sind ja uns jedes Mal ins Jubilieren verfallen. Ja, aber ich meine, wenn es aber gut ist, dann will man es auch sehen. Ich gucke schon mal, ne? Also ich weiß ja nicht, ob ihr auch gucken wollt. Oha, da war wieder ein Bein mittendrin. Ja, das ist halt, das ist mein Bein. Da ist er bei Machen hoch, da ist er hoch. Nur man sieht natürlich hinten das Bein. Obwohl, wahrscheinlich sieht man es noch. Und der Tisch ist schön gerade hoch. Ich meine, aber das Ding ist halt echt, irgendwas ist immer das. Dieses Glauben, dass du es erzwingen kannst mit 100 Prozent. Nee, es gibt kein 100 Prozent. Aber du hättest natürlich ein bisschen weiter rüber rutschen können, Eckart. Naja, ich habe ja zwischendurch auch mein Bein echt rüber genommen. Aber irgendwas ist immer, ne? Ich meine, dann war der Schalter, dann... Du hast aber auch ein verfluchtlanges Bein, Eckart. Das Bein ist eine Zubutung. Ja, also wir sollten das amputieren, würde ich sagen, für die Wissenschaft. Also Teile amputieren reicht. Jetzt sind wir nicht so grob zu dir. Ich meine, aber das Ding fliegt sauber. Und jetzt gucken wir gleich noch das Video. Kleine Infrarot-Leuchtdioden, die werden dann wie Positionslichter auf dem Tisch. Das heißt, solange die Videokamera läuft, sieht sie diese vier Lichtleien. Die sind aber jetzt so schwach, dass die nichts anstrahlen. Also es ist nicht wie eine normale Infrarot-Beleuchtung, wo wir hier Licht im Raum haben, sondern wir haben eher wie diese Leuchtmarker, wo wir so vier Punkte haben. Wenn wir das mit der Kamera filmen, kann ich hinterher aus den Punkten die Position des Tisches genau berechnen und auch wieder ein 3D-Booter bei Ihnen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Halt her! Ja, 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 ja! Achtung! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017